PPP, der Provinzklassen-Podcast. Und damit willkommen beim PPP, dem Provinzklassen-Podcast. Ich bin Marvin Schmitz und habe heute an meiner Seite Tim Verzaun und Christoph Ehren. Guten Tag. Und im Gepäck haben wir heute ein richtiges Spitzenspiel. Das war es zumindest auf dem Papier am Sonntagnachmittag in Bötchenbach zwischen dem FC Bötchenbach und dem KSC Lonsen. Und ja Jungs, ihr wart beide da, weil ich ja am Wochenende abwesend war. Aber erzählt mal, wie war es denn? War es denn das Topspiel, das jeder so erwartet hat? Naja, also Tim hat auch getitelt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass es nicht das Spitzenspiel war, was man erwartet hat. Und dass es nicht das Versprechen gehalten hat, was wir ihm vorher entlocken wollten. Also wir haben uns beide sehr gefreut auf das Spiel. Ich weiß, wir hatten uns vorher noch kurz angerufen und meinten, da sind wir schon auf das Spiel. Wir hatten viel erwartet, zumal Lonsen ja auch in der Vorwoche hoch gewonnen hatte. Aber im Endeffekt, so über 90 Minuten, finde ich, hat das Spiel nie so richtig an Fahrt aufgenommen. Also klar, Lonsen hat getroffen, Bötchenbach hat getroffen, aber beide so ziemlich auf der einzigen großen Torschoss, die sie hatten. Und gegen Ende des Spiels ist es dann auch wirklich nur noch ausgetrudelt. Ja, man hatte auch wirklich das Gefühl, dass nach dem 1-1 von Bötchenbach dann beide Mannschaften quasi mit dem Punkt zufrieden waren. Und das war halt schon in der 66. Minute, heißt danach waren 20 Minuten Offensive komplett eingestellt. Da war auch im Prinzip gar keine Möglichkeit mehr. Also ich habe gar keine Möglichkeit ab dem 1-1 aufgeschrieben. Und davor, wie du sagst, auch nicht. Ich kann mich an eine Chance von Mike Strumpfler erinnern, nach einer halben Stunde. Direkt in der Szene danach das 1-0 dann durch Pierre Schmitz für Lonsen. Dann vor der Halbzeit ein Dribbling im Strafraum von Philipp Kessler. Das war so die erste wirkliche Aktion von Bötchenbach. Und dann das 1-1 von Cedric Ponsa. Und mehr war da nicht. Also es waren so ein paar Chancen, die man sich halt aufschrieb, um das Blatt voll zu bekommen. Weil man dann denkt, okay, irgendwas muss ich ja aufschreiben. Aber vielmehr war es nicht. Es war ein kampfbetontes Spiel. Das kann man vielleicht sagen. Beide Mannschaften hatten sich auf jeden Fall was vorgenommen. Aber die Offensivreihen waren eigentlich weitestgehend komplett abgemeldet. Lag es denn für euch daran, dass beide Defensiven so stark waren, weshalb die Offensiven abgemeldet haben? Oder was waren für euch die Gründe am Ende, dass es dann nicht wirklich das Offensivspektakel geworden ist? Für mich war das auch ein bisschen Planlosigkeit. Also auf der einen Seite bei Bötchenbach vor allem in der ersten Halbzeit sehr viele Fehlpässe. Da ist im Aufbau der Ball jedes Mal flöten gegangen. Und auch in der zweiten Halbzeit, da ging es natürlich besser. Aber da sind auch einige Angriffe als Bumerang immer wieder zurückgekommen. Auf der anderen Seite Lonsen, die sich auch laut Aussage von Dani Bräuch, dem Trainer, schwergetan haben mit den langen Bällen von Bötchenbach. Und deswegen auch nicht immer wussten, wie sehr sie aufrücken konnten. Und ich glaube, ich mache das daran fest, dass dann beide Mannschaften im Aufbau nicht so ganz das Mittel gefunden haben. Und daraufhin auch nicht wirklich gefährliche Angriffe starten konnten. Und es ist ja auch schon wirklich bezeichnend, wenn Bötchenbach halt viel mit langen Bällen probiert. Weil das ist ja eigentlich gar nicht das Spiel des FC Bötchenbach. Und vor allem auch nicht das Spiel von Guy Pütters, der verachtet ja lange Bälle. Und das heißt schon sehr viel, wenn es dann vor allem in der zweiten Halbzeit nur noch über lange Bälle nach vorne geht. Weil, wie du schon sagst, Christoph, im Aufbauspiel von Bötchenbach waren sehr, sehr viele Fehlpässe. Also da war kaum mal ein geordnetes Aufbauspiel. Wenn die Abwehr den Ball gewonnen hatte, dann war sie überhastet. Dann wurden die Bälle einfach direkt nach vorne gespielt. Teilweise auch ohne zu gucken, wohin überhaupt. Und dann war es halt oft so, dass Lonsen den Ball dann wieder gewinnen konnte. Und dadurch sind dann irgendwann diese langen Bälle entstanden. Und das ist eigentlich sehr atypisch für Guy Pütters und für Bötchenbach. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann probiert mit diesen langen Bällen auf Wilfried Bricker und auf Medi Sinon. Medi Sinon hat auf jeden Fall 20 Minuten lang für ordentlich Wirbel gesorgt. Der kam ja zur Halbzeit rein. Hat dann auch, ehrlich gesagt, unfreiwillig dann das 1 zu 1 vorbereitet, weil sein Schuss abgeblockt worden ist. Und der Abpraller kam dann zu Cedric Ponstach und der hat ihn dann im Netz versenkt. Und von da an ist irgendwie dann auch die Einwechslung von Medi Sinon verpufft. Danach kam eigentlich gar nichts mehr von ihm. Und bei Wilfried Bricker war es irgendwie auch so ein bisschen Unsicherheit. Der wusste nie wirklich, wohin mit dem Ball. Er probierte irgendwie was zu machen. Aber es war halt immer so ein bisschen halbherzig, meiner Meinung nach. Und ja, dann kam halt die Offensive von Bötchenbach komplett zum Erliegen. Weil einen Philipp Kessler habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Bis auf dieses eine Dribbling vor der Halbzeit. Und ja, ich meine, wenn drei Offensivleute quasi inexistent sind, gut, dann wird es halt schwierig, Tore zu machen. Eine Sache bleibt allerdings konstant. Und zwar beim KSC Lonsen, was Tim angeht. Robin Schintz wieder nicht getroffen. Du warst da. Bleibt der Fluch weiter auf dir liegen? Glaubst du, dass du ihn diese Saison irgendwie noch bezwingen kannst? Also langsam finde ich es auch nicht mehr lustig, ehrlich gesagt. Es tut mir auch leid für ihn, weil ich meine, wenn er schon sieht, dass ich da komme, dann kann man sich eigentlich direkt auf die Bank setzen. Ich weiß nicht. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Spiele, die ich von Lonsen gucken gehen werde wahrscheinlich. Ich meine, vor allem am letzten Spieltag dann gegen St. Vitt. Ich meine, sie spielen auch noch gegen Böllingen, gegen Houtfagne. Je nachdem, wie die Tabelle da aussieht, kann man sich ja vielleicht auch geben. Und am Ende vielleicht auch gegen Rocherrath. Und dann natürlich noch gegen St. Vitt. Also Robin, da sind noch ein paar Spiele. Vielleicht rufe ich dann auch einfach später an. Dann hast du vielleicht eine Chance, ein Tor zu machen, wenn ich nicht da bin. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Ja, weil vielleicht bleibst du dann besser vom Platze fern. Das hilft dem KSC Lonsen dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen Robin Schins. Dann gehe ich die P4 von Lonsen gucken. Die spielt ja meistens zeitgleich zu Hause. Ja, vielleicht reicht schon die Anwesenheit im Umfeld. Aber gut, wir drücken die Damen, dass der Fluch diese Saison irgendwann noch gebrochen wird. Um auf das Spiel zurückzukommen. Das 1 zu 1. Ist es denn ein Ergebnis? Gerade dann auch in dieser starken Offensivgruppe in der oberen Tabellenhälfte der dritten Provinzklasse, mit dem dann beide am Ende irgendwie auch leben können? Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite für die Lonsener einen Punkt auswärts bei einer Mannschaft aus der Spitzengruppe ist immer viel wert. Und auf der anderen Seite für die Bütchenbacher, die ja quasi jetzt erst ins Jahr 2019 gestartet sind. Klar, sie hatten das Pokalspiel vor einem Monat. Aber ansonsten haben sie ja dieses Jahr noch nicht gespielt. Und für die ist dann ein Punkt auch gut, so als Rückkehr in den Rhythmus. Und das meinte auch Guy Pütters so, als Einstiegsgegner war Lonsen gut. Es war der erwartet schwere Gegner. Und danach kann man dann auch einschätzen, inwieweit die Vorbereitung auf das Jahr 2019 gut geglückt ist oder nicht. Und auf Seiten des KSC Lonsen bleibt natürlich festzuhalten, sie sind immer noch ungeschlagen gegen die Mannschaften ganz da oben. Sie haben da sehr, sehr wenig Punkte verloren bei Unentschieden. Und da kann man durchaus zufrieden sein, weil wenn man schon oben alle Gegner schlagen kann oder zumindest einen Unentschieden erholen kann, dann heißt das eigentlich ziemlich viel für die Qualität der Mannschaft. Und falls Lonsen aufsteigen sollte, das Wort nimmt natürlich keiner in den Mund in Lonsen. Aber ich meine, die Möglichkeit besteht natürlich. Und sei es nur über die Endrunde, dann kann man auf jeden Fall, denke ich mal, mit dem unteren Drittel in der zweiten Provinzklasse mithalten, wenn man schon das erste Drittel der dritten Provinzklasse gut wegstecken kann. Um beim KSC Lonsen zu bleiben, wie wichtig ist dann jetzt nach dem Punktgewinn in Bütchenbach dieses Heimspiel gegen Balen, dann gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich im Tabellenmittelfeld steht, dann die drei Punkte zu holen, um dann auch oben weiter gefestigt dran zu bleiben? Ja, immens wichtig natürlich. Wie ich schon sagte, es ist ganz, ganz wichtig, die Punkte auch gegen die oberen Mannschaften zu holen und nicht nur gegen die Mannschaften, die ganz unten spielen, weil das hat in dieser Saison vor allem auch bei Lonsen noch nicht wirklich geklappt. Sie haben gegen Weltenrad verloren, sie haben auch, wie du sagst, das Hinspiel verloren gegen Balen, 2 zu 3. Da ist natürlich jetzt auch die Motivation sehr hoch, dann diese drei Punkte sich quasi zurückzuholen, wie man immer so schön sagt im Fußball. Nochmal verlieren gegen Balen will man auf keinen Fall. Und man kann es sich auf jeden Fall aktuell nicht leisten, gegen Balen dann Punkte liegen zu lassen in der aktuellen Situation, wo man sich durchaus dann oben mal festsetzen kann. Genau, ich glaube, das sind die Punkte, die Lonsen so in der Hinserie gefehlt haben, um wirklich ganz oben rankommen zu können. Und dementsprechend, wenn sie es jetzt schaffen, im Jahr 2019 diese Punkte auch zu holen, dann kann es noch sehr weit nach oben gehen. Und beim FC Bütchenbach, da sprach der eben vom fehlenden Rhythmus, der sollte ja dann spätestens in dieser Woche vielleicht so langsam wieder zurückkehren, denn sie spielen zweimal in dieser Woche und zwar bereits am Donnerstag gegen Rocherath und dann am Wochenende gegen Goey. Ist das dann auch eine Woche für den FC Bütchenbach, die sehr wichtig ist mit diesen zwei Spielen, dass sie es dann schaffen, auch voll reinzukommen, so endlich in diese Rückrunde, in dieses Jahr 2019? Absolut, vor allem das Spiel gegen Rocherath, da kann man sich dann den KFC auch vom Leib halten, weil Rocherath ist ja auch gerade erst gestartet mit dem wirklich allerersten Pflichtspiel in diesem Jahr und hat 4 zu 1 gewonnen gegen Elshut. Und auch bei Rocherath steht ja eine sehr, sehr wichtige Woche an. Sie spielen dann gegen Bütchenbach am Donnerstag und am Wochenende gegen St. Vitt. Zwei sehr wichtige Spiele gegen Mannschaften, die ganz oben mit dabei sind, vor allem St. Vitt. Und das gilt natürlich auch für Bütchenbach, aber vor allem für Rocherath, wenn sie da mit drei oder vier Punkten rausgehen aus dieser Woche, dann sind sie ganz dicht wieder dabei oben, dann sind sie dick im Geschäft um die Endrunde, vielleicht sogar mit sechs Punkten um den Aufstieg, das weiß man natürlich nicht. Aber das ist für beide Mannschaften eine sehr essentielle und wegweisende Woche. Ja und damit kommen wir, würde ich sagen, am besten direkt zum Tippspiel, weil damit haben wir das erste Spiel, was wir tippen werden. Aber bevor wir damit anfangen, Rocherath gegen Bütchenbach vom Donnerstag zu tippen, kommen wir erstmal auf vergangene Woche zurück. Ja und der Tippmeister in dieser Woche war dann Tim. Der hat davon profitiert, dass es 1 zu 1 ausgegangen ist. Du hast 2 zu 2 getippt. Wir beide haben jeweils auf einen Sieg getippt. Christoph auf einen Heimsieg, ich auf einen Auswärtssieg. Hat nicht funktioniert. Tim, für dich, genauso wie zum Beispiel für den FC Bütchenbach, die Aufholjagd in Richtung Aufstiegsrennen, beziehungsweise dann Meistertitel in unserem Fall? Absolut. Wenn ich am Donnerstag richtig tippe, Rocherath-Bütchenbach, dann bin ich punktgleich mit dir, Christoph. Ja. Ja, nicht nur. Kann ja auch sein, dass wir dasselbe tippen. Dann kommst du auch nicht mehr hin. Aber das wäre schon armselig, wenn ich jetzt den Rest der Saison immer dasselbe wie du tippe. Ich wollte schon sagen, also diese feige Methode traue ich selbst dir nicht zu. Wieso selbst mir nicht? Also ich bin ja wohl am weitesten von 0,815 Tipps entfernt, diese Saison, würde ich behaupten. Ja, das ist allerdings wahr. Und damit würde ich sagen, Jungs, dann fangen wir mal bei Tim an, der ja da sein wird, der vor Ort sein wird, Rocherath-Bütchenbach. Was tippst du? Ich mache es kurz und knapp und sage 1 zu 0 Heimsieg für Rocherath. Ich mache es auch kurz und knapp. 3 zu 2 Auswärtssieg für Bütchenbach. Wie soll es anders sein? Ein 3 zu 2 Tipp von Christoph ist ja nicht wirklich was Neues. So viel zum Thema 0,815. Und ja, ich komme, ich werde mal wieder komplett dagegen schlagen. Jetzt gehe ich mal auf Tims Taktik und sage dann 2 zu 2. Dann bin ich dann am Wochenende in St. Vitt. St. Vitt gegen Rocherath. Da habe ich gestern wirklich lange überlegt, was ich tippen soll. Und ich glaube, dass ich exakt das gleiche tippe wie bei Rocherath-Bütchenbach. Auch wieder auf den Heimsieg und zwar 1 zu 0 für St. Vitt. Dieser Moment, wenn du merkst, dass Tim sich schon Gedanken macht über Spiele, die erst zehn Tage später stattfinden, gefühlt. Ja, will ich Tippspielkönig werden oder nicht? Das ist vor allem der Moment, wo ich gemerkt habe, dass er genau das getippt hat, was ich tippen wollte. Tippst doch sowieso 3 zu 2. Nein, nicht bei St. Vitt. Ja, nein, aber dafür kassieren die nicht genug. Das muss man dann auch mal sagen. Ganz ehrlich, meistens schießen sie auch nicht genug dafür. Das hast du jetzt gesagt. Ja, okay, dann werde ich 0 zu 0 tippen. Manuel Klauser hat mir ja mal verboten, auf den RFC St. Vitt zu tippen. Da werde ich mich heute dann auch mal dran halten. Und weil ihr beiden ja auch die zwei anderen Sachen schon getippt habt, tippe ich dann auf einen Auswärtssieg und sage 1 zu 2. Gut, am Sonntag sind wir beide ja auch, Marvin, unterwegs. Wenn auch nicht sehr weit. Wir haben die kürzeste Ausfahrt für uns. Wir werden den Eupen-Fußball gucken. Eupen gegen Wallhorn. Was tippt ihr denn fürs Noch-Derby? Also ich freue mich da wirklich drauf. Das ist so ein Spiel, das ist einfach klasse. Derby, Derby, Derby. Ich hoffe, das wird es dann auch am Ende, dass wir dann nicht enttäuscht werden von unseren Erwartungen. Und ja gut, der FC Eupen hat sich mit einem Punkt begnügen müssen am Wochenende. Wallhorn hat gewonnen. Ich denke, das wird ein Spiel sein, wo beide es so richtig drauf anlegen werden. Und ich hoffe dann auf Tore, Tore, Tore. Und sage einfach mal, Eupen gewinnt am Ende 4 zu 3. Also das steht in unglaublich großem Kontrast zu dem, was ich tippen werde. Ich habe mir nämlich gerade ein 0 zu 0 überlegt. Du bist aber ein richtiger Langeweiler, Alter. 0 zu 0. Ja, ich habe drei Spiele tippen wir und ich habe zwei Tore getippt insgesamt. Also das macht einen schon fast depressiv. Du stehst auf jeden Fall nicht für schönen Fußball zumindest. Wir wissen es nicht, was deine Tipps angeht. Das finde ich dann auch ein bisschen armselig. Also so ein Tipp. Nee, Wallhorn hat gewonnen und sie haben auch auf Facebook dann getitelt, dass sie jetzt bereit sind für das Derby. Und dementsprechend, sure erwarte ich sie auch. Und auch Eupen erwarte ich mit Feuer und Flamme in diesem Spiel. Zumal ein 1-1 gegen Homburg ja nicht wirklich zufriedenstellend sein kann für eine Mannschaft wie den FC. Also ich rechne auch mit vielen Toren. Und ich rechne auch mit einem Sieg des FC Eupen auf ihrem heimischen Kunstrasen. Ich rechne mit einem 5 zu 3. Also so gerne ich mir ja auch meine Punkte gönnen würde beim 0 zu 0, aber ich gönne euch auch diese unglaublich vielen Tore, die ihr tippt. Ja, man kann ja immer hoffen. Ich meine, wir hatten vor zwei Wochen Rachen mit dem 0-0, jetzt das 1-1 in Wittchenbach. Also ich hoffe, dass ich nochmal Tore zu Gesicht bekomme. Ja, und ich glaube auch, wenn das Spiel am Sonntag dann 0-0 endet, dann bricht zumindest bei mir so ein kleines Stück aus dem Provinzfußballherz, weil bei so einem Spiel keine Tore, das wäre ja wohl mehr als nur eine kleine Enttäuschung. Ich kann dir dein Herz dann aber wieder zusammensetzen, wenn ich dann am Montagmorgen das Tippspiel anführe. Er denkt nicht nur schon eine Woche im Voraus, er träumt auch wirklich schon. Also wenn man sich das anhört. Das ist der ganze Brust aus der Hinrunde, der sich da entlädt. Und ich träume nicht, ich rechne fest damit. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ja, wie sagt man so schön, am Ende kackt die Ente und ich würde sagen, damit können wir die Sendung für heute beschließen. Wir hoffen darauf, dass wir in den drei Spielen, die wir dann sehen bis zum nächsten Montag, dass Tore, Tore, Tore fallen, auch wenn Tim nicht der Meinung ist. Aber wir hoffen einfach drauf, wünschen allen viel Spaß, drücken allen Mannschaften den Daumen und sind gespannt auf ganz, ganz tolle Spiele und sagen damit Tschüss und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann.